Die zweite, größere Komposition unseres heutigen Verzeichnisses stammt aus der Bildung des großartigen Wolfgang Amadeus Mozart. Es ist die Sellenade Nummer 1 aus Köcheverzeichnis 493b mit den fünf Sätzen Aleko, Menüed I, Adagio, Menüed II und Rondo. Das Stück stammt aus einer Reihe von fünf Terzetten für zwei Klarinetten und Fagott aus Mozarts Wiener Jahren 1783 bis 1788 und ist im besten Sinne Musik der Geselligkeit, die für unsere Besetzung eingerichtet wurde. Man muss staunen, wie dem Komponisten immer wieder neue musikalische Gedanken eingefallen sind. Besonders die beiden Menüedte kehren ihren Tanzcharakter deutlich hervor. Das abschließende Rondo benutzt vielfältige rhythmische Elemente. Wir wünschen viel Freude an der Sellenade 1 mit den fünf Sätzen.